Hallo, Alma. Ich bin Tom. Die testen mich, scannen mein Gehirn. Multiple choice, ohne Ende. Und was kommt dann dabei raus? Deine Augen sind wie zwei Bergseelen, in denen ich versinken möchte. Ich muss zugeben, sie haben wirklich Geschmack. Und hier ist dein Zimmer. Schlafen wir nicht im selben Bett? Guten Morgen, Alma. Ich habe Ordnung geschaffen. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber Sie behandeln Tom wie eine Maschine. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass er eine Maschine ist? Wenn du dich öffnen würdest, wärst du glücklich hier. Es gibt einen Graben zwischen uns. Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Alle sind begeistert von dir. Oh, wow. Nur du nicht. Wir können doch sprechen, oder? Tom kann auch sprechen. Tom ist ein freundlicher Hoboter. Sag mal, hat er mich jetzt gerade verarscht? Ja. Tut mir leid. War einfach so naheliegend. Tut mir leid. Pfiff. Guess. Musik встреч. ierung